Wir haben als Heimatbund vor einer ganzen Reihe von Jahren überlegt, wie kann man heimische Geschichte, die ja den Vorteil hat, Menschen dann, wenn man sie richtig aufbereitet, näher zu kommen als Geschichte, die zumindest im Empfinden der Menschen geografisch weiter entfernt ist, kann aber sehr, sehr nahe kommen, wie kann man Heimatgeschichte besser aufarbeiten, wie kann man sie in der Öffentlichkeit bekannter machen. Und wir haben damals mit Zeitspuren 1 begonnen, ich schiebe es nochmal hoch und es ist ja auch hier, Zeitspuren 1, der Autor war Herr Pfau, Land hat das eben beschrieben, wie sich damals die Finanzierung gestaltete, aber damals ging es um Früh- und Hochmittelalter und zwar klar, nach längeren Gesprächen, dass es bei diesem Band um einen sogenannten Langläufer gehen würde. Langläufer heißt, wenn du den absetzen willst, wenn du den verkaufen willst, ist das ein Marathonlauf und du brauchst Geduld und Ausdauer. Was nicht heißt, dass der kein Interesse hat, aber der Kreis derer, die als Klientel, als engeres Klientel in Frage kommen, der ist relativ begrenzt, überschaubar. Wenn Sie eine besondere Aktion machen, können Sie auch mal schnell verkaufen. Wir hatten jetzt bei der Wasserburg Heinchen, also die erneut Belebten durch den Tag der offenen Tür und so weiter und echtes Geschehen auch hier beschrieben haben in diesem Band, da haben wir erlebt, dass du auf einmal 20 Bände verkaufen kannst, absetzen kannst, weil es wieder eine direkte Erlebbarkeit ist. Das, meine Damen und Herren, wird, so hoffe ich, bei dem neuen Band anders sein. Weil er eben den Menschen insofern näher ist, als dass er an ihre Zeit herankommt, an die Zeit ihrer direkten Vorfahren. Und ich denke, das ist der große Unterschied zu Zeitspuren. Eins, was nicht heißt, dass der eine wichtiger ist als der andere oder der andere wichtiger als der eine. Der wird näher herankommen an die Menschen und er wird möglicherweise auch, je nachdem wie man das anfasst, dann werden, wenn er näher an die Menschen kommt, auch andere Diskussionen bringen. Nähere Diskussionen bringen, weil Geschichte unter spezifischen Aspekten beleuchtet wird. Ja, darum geht es letztendlich. Nah an die Menschen herankommen, in die Zeit hineinbringen und wenn das so ist, dass tatsächlich dann auch ganz neue Forschungsergebnisse auf den Tisch kommen, dann ist das eine hochspannende Geschichte. Ich bedanke mich für diese Kooperation und auch die heutige Pressekonferenz.